Musik Heute habt ihr zusätzlich ein Angebot für unsere Gäste, die sich hier am Ende befinden, eine Ausstellung. Habt ihr hier möglich? Ja, die Ausstellung hat eine relativ lange Geschichte, da sind wir schon seit zwei Jahren dran. Der Blutplatz Kampferk ist das von Sozialpartner in einem Projekt, der jetzt gegen die Jugendliche in Wien vertraut gemacht werden und ein Teil dieses Projekts ist eine Wanderausstellung, die war schon seit dem April hier in Kampferberg. Sehr schön eröffnet worden mit dem einzigen, die größere Kosmonaut. Musik Anmelden kann man sich auch beim Alfred, der steht gerade bei mir, Helikopter durch Austria.